Ja, Hallöchen, willkommen zurück zum Scrap Mechanics Let's Play und ja, ich bin jetzt hier auf einer ein wenig anderen Welt, ich habe nämlich nochmal eine zweite Welt angelegt, wo ich einfach so auch im Offen nochmal ein bisschen rumgespielt habe und ich dachte mir, naja, das kann ich ja einfach mal ein bisschen zeigen und habe so überlegt, dass ich vor jeder Aufnahmesession, wenn ich so zwischendurch ein bisschen was gebaut habe, ist natürlich die Voraussetzung, dass ich euch das dann mal so zeige. Moment, eine Sache muss ich mal kurz mal gucken, Graphics, mhm, 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 lalala, Display, äh, Vertical Sins ist an, hm, na gut, dann lassen wir es so, weil ich sehe hier ein bisschen so die Streifen, na gut, ja, ich fange jetzt einfach mal mit diesem Geschoss an, kurz zur Erklärung, das ist wirklich alles nur so ein bisschen rumgepopelt und ein bisschen rumgespiele und kurz zur Erklärung, wir haben hier den Motor, den habe ich eigentlich über einen Schalter, habe ich den dauerhaft angemacht und dieses komische Gedingse hier, das soll eine Kupplung, äh, darstellen und wie gesagt, das ist wirklich, es ist wie, wenn man in Minecraft irgendwie einen Rechner bauen würde, es ist halt einfach nur, weil es geht und hier sieht man sozusagen das Prinzip, eine Seite dreht sich und, äh, hiermit betätigt ich dann sozusagen die Kupplung und damit wird dann die Kraft übertragen, weiß ich nicht, mir ist irgendwie die Idee mal gekommen und dann habe ich das mal einfach so ein bisschen versucht umzusetzen und hier das gleiche, hier kann ich halt die Kupplung, Moment, ja, Kupplung einfahren bzw. ausfahren, ist halt doof, weil es nicht alles synchronisiert, die Achse ist nicht synchronisiert, das heißt, wenn die eine Kupplung drin ist, dann heißt es nicht, dass die andere auch drin ist, na gut, ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt hier über vorwärts und rückwärts über den Sitz, habe ich das jetzt gemacht, weil sonst ging wirklich um der Vorwärtsgang, ansonsten, vom Prinzip her, drehen sich die beiden Kupplungen und, äh, irgendwann springt ihr die Kupplung rein und dann sollte eigentlich die Hinterachse angetrieben werden, wie gesagt, das ist alles einfach nur ein bisschen rumgespiele, Moment, ich mache jetzt mal so, und dann eigentlich die Kupplung, ich glaube, ich habe auch zu wenig Saft auf den Motor gegeben, so, probieren wir einfach nochmal, ich glaube, mit ein bisschen mehr Saft dürfte es dann eigentlich funktionieren, so, und wenn die Kupplung dann drin ist, dann können wir natürlich rumfahren, yeah, ja gut, ist alles ein bisschen schwammig und das Schlimme daran ist, dass man das nicht auf den Amboss hauen kann, ach, auf den Amboss, auf den Lift hauen kann, weil, Moment, das zeige ich mal ganz kurz, man hat ja hier zwei separate Teile, einmal habe ich hier das Grundgestell und da habe ich die Achse, weil die ja locker sein muss, ähm, beziehungsweise nicht auf einer Rotation Plate, habe ich die einfach separat gemacht und deswegen kann ich, wenn ich das jetzt liften würde, dann müsste ich die Achse nochmal komplett selber bauen, weil bei Scrap Mechanic kann man ja einzelne Teile nicht nehmen und einsetzen, zumindest weiß ich das noch nicht, oder weiß ich davon noch nichts, ja gut, fangen wir mal weiter mit der Kupplung drin, ja, ist halt wie gesagt einfach nur, ist auch alles ein riesiger Aufbau, einfach weil die Kupplung auch ihren Platz benötigt, hier beim Zurückfahren, so, na gut, das erstmal dazu, ich zeige mal kurz noch, ähm, wie ich das, äh, wie ich das, ja, wie soll ich sagen, wie ich das Lager da gebaut habe, Moment, lalalala, da hinten sieht man auch schon ein paar Sachen, die stelle ich auch gleich mal vor, auf jeden Fall habe ich das so gebaut, Moment, nach oben, und dann habe ich hier wie so eine Art, ja, wie so eine Art riesiges Lager, so kann man es eigentlich wirklich am besten bezeichnen, so, dann habe ich hier auf der Seite habe ich dann einfach nur improvisatorisch habe ich was hingebaut, damit ich da, Moment, was packe ich mal weg, die Schraube, die kann weg, dann habe ich das da hinten so rangebautzelt und wenn man das ja weg macht, dann liegt die Lose in dem Fall, dann habe ich da die Räderchens drangebaut, dann habe ich da die Kupplung drangebaut und dann lag das halt alles locker, ich meine, ist zwar, na, weiß ich nicht, ist nicht alles reibungslos, äh, liegt zwar nicht alles reibungslos und, naja, wie gesagt, ist halt alles wirklich nur vom Prinzip her, hier sieht man es ja nochmal, die ganze Maschinerie bewegt sich auch ohne Ende, aber na gut, ich hatte auch schon mal gehabt, da sind, äh, da sind die Blöcke, haben sich dann irgendwie mit den Blöcken verfangen und dann war das da irgendwie ineinander gearbeitet und es hat sich wirklich gar nichts mehr getan, der Motor hat es weder geschafft, äh, die Kupplung anzutreiben, noch irgendwas anderes. Ja, hier habe ich, äh, prinzipiell einen Gabelstapler gebaut, Moment, ich zeige erst mal vorher hier dieses Geschoss, da ist echt eine Menge Eisen dran, ja, hier haben wir ein kleines Laufband, das habe ich, mir ist die Idee gekommen, als ich hier diese Röhren hatte, oder diese Rohre, da habe ich mir gedacht, hm, damit kann man ja ein kleines Laufband bauen und, Moment, so sieht das Ganze aus, man kann ja mit dem, mit dem Motoren kann man ja wirklich nur fünf, ähm, ja, fünf Leute konnektieren, sage ich mal, warum war da jetzt gerade keins gewesen, ja, und ansonsten hätte ich wirklich einen Motor für alle genommen, oh Mensch, ich muss mal, muss mal niesen, da hinten sieht man auch noch ein bisschen was und da hinten sieht man auch noch was, was in die Richtung, äh, des Riesenrads geht, sage ich mal. So, wir schmeiß, ich schmeiß die Bude jetzt einfach mal an, das sorgt sich dann so an, aber es funktioniert wirklich sehr gut als, ähm, Laufband, Moment, das kann ich ja mal ganz kurz demonstrieren, also man kann damit wirklich schon eine Beförderung, ähm, veranlassen, sage ich mal, so, ich wollte gerade sagen, jetzt verkantet es sich natürlich, ja gut, das ist jetzt natürlich das, das leichteste Material, was es gibt wahrscheinlich bei Scrap Mechanic, aber wenn man jetzt zum Beispiel, Moment, da mache ich mal kurz einen Motor, so, ja gut, das ist, weil das Ding jetzt so schräg liegt und, aber prinzipiell funktioniert das, man kann damit Gegenstände befördern und, theoretisch gesehen könnte man damit eine Fabrik bauen, aber ich glaube, man kann keine Gegenstände, irgendwelche Gegenstände zusammensetzen, wie das hier so, zum Beispiel, dass man da einen Fertigungsprozess draus macht, dass man zum Beispiel, hm, das wäre eigentlich auch eine gute Idee, so, an einer Stelle hat man halt diese Blöcke, an einer Stelle hat man die und dass die dann halt alles zusammensetzen, und dass man dann zum Schluss, keine Ahnung, irgendwie ein Auto hat oder so, wie gesagt, einfach nur aus Prinzip, weil es geht, deswegen baut man sowas ein und das Geilste ist natürlich, man kann sich selber damit auch befördern, juhu, boing, und das sind wir schon beim Riesenrad, ja, ich hatte das, äh, das Laufband hatte ich erst ein Breit gehabt, ähm, und da habe ich mir gedacht, man kann ja ein zweites auch noch daneben setzen, aber wie gesagt, einfach nur aus Prinzip, weil es, weil es geht, na gut, machen wir das Ding mal aus, also müssen wir die Batterien wieder aufladen, der Elektronikmotoren, ja, hier haben wir einen kleinen Gabelstapler, oder hier habe ich einen kleinen Gabelstapler gebaut, weil vom Prinzip her, eigentlich wirklich wie ein kleiner Gabelstapler, aber ich habe, ähm, habe das wieder alles mit dem Leichenmaterial gebaut, deswegen brauchte ich hinten ein riesen Gegengewicht, weil, ja, weil ich hier vorne auch alles aus Eisen bauen musste, weil ich glaube, wenn ich das vorne nicht aus Eisen gebaut hätte, dann wäre das gebrochen, so wie sich das da quält, das sage ich jetzt mal kurz, ja, auf der 1 kann man den Gabelstapler prinzipiell hochfahren, ich meine, es ist alles in minimalistischer Zeitlupe, aber vom Prinzip her funktioniert es auf jeden Fall, la 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 la, ja, man hört schon, wie sehr gequält das ist, aber wie gesagt, es funktioniert, und das finde ich nicht schlecht, ich glaube, das ist einerseits, weil, weil das halt Eisen ist, weil das extrem schwer ist, deswegen tut sich der Controller da ein bisschen schwer, ich weiß auch gar nicht, warum sich, warum sich das hintere Rad dreht, ja, aber es funktioniert soweit schon mal, man müsste das alles nur noch ein bisschen schmieriger hinkriegen, dass das alles geölt ist, und dass das alles leichtgängiger ist, aber ich habe, ehrlich gesagt, noch nicht probiert, damit irgendwas anzuheben, da hatte ich noch nicht die Möglichkeit, Moment, das mache ich jetzt einfach mal, was soll der Geiz? So, ich mache es dem Gabelstapler einfach mal leicht, so, man will ja jetzt kein riesen Ding draus machen, ich werde die anderen Sachen auch noch zeigen, ja, und wenn ich jetzt hier fertig bin mit dem, na, wie soll ich sagen, mit dem, äh, nein, zeig, was du gebaut hast, wenn ich damit fertig bin, dann, äh, mache ich ganz normal bei der Let's Play Welt weiter, und, ja, bauen wir da weiter in unserem LKW, so, haben wir hier prinzipiell einen, einen Haarträger, einen Stahlhaarträger, achso, und hier habe ich, glaube ich, genau, hier habe ich nochmal eine separate Taste, aber das ist ja, weil das ja verbunden ist mit dem, mit dem Sitz, so, ich hoffe, die Gabel, die passt, ja, das ist, weil das alles so schwer ist, ist das, ist das hier auch von der Lenkung her so ein bisschen schwerfälliger, ich weiß sogar euch, warum, wenn ich das links lenke, dann dreht der sich nach rechts, umgekehrt, nein, Mist, so, auf ein neues, ich hoffe, ach, warte mal, ich mache es dem wirklich mal einfach, dass er wirklich nur noch gerade fahren muss, so, das kann ja eigentlich hier auch weg, das stört hier nur, lalalala, ja, was mir aber auch mal aufgefallen ist, was bei Scrap Mechanic ein bisschen doof gemacht ist, wenn man jetzt wirklich einmal irgendwas, gemacht hat, äh, wenn man jetzt irgendwo mal was gelöscht hat, denn, ist prinzipiell alles ruiniert, so ein bisschen, wenn man das jetzt so zusammenhängend gebaut hat, weil hier zum Beispiel ist genau das gleiche Problem wieder, wenn ich den auf den Lift hauen will, ist, die Gabel, ist sie einzeln, ja, einfach aus dem Prinzip, weil die muss ja, äh, muss ja freigängig, oder frei liegen, ja, und deswegen, wäre das wieder ein bisschen doof, man müsste das vielleicht irgendwie so festlegen können, dass das, ähm, zusammenhängt, aber ich glaube wirklich fast, dass es einfach, weil sich das so extrem verkantet, ja, das kannst du anheben, aber ich hab das jetzt hier so ein bisschen, so ein bisschen, doof hingelegt, das Werkstück, was angehoben werden soll, aber gut, aber vom Prinzip her funktioniert's, ist zwar alles ein bisschen langsamer, aber, ja, und ich glaube sogar fast, die Physik von Scrap Mechanic sagt, ja, das ist jetzt verkantet, du darfst dich jetzt nicht bewegen, und Moment, ich drück jetzt mal die ganze Zeit aufs Gas, genau, jetzt wo es wieder frei liegt, da kann er sich wieder bewegen, das heißt, unabhängig vom Boden, ähm, steckt der Gabelstapler dann sozusagen fest, das finde ich ein bisschen doof, aber, na gut, ist ja wie gesagt eine Beta, und wer weiß, was da noch alles für Raffinessen kommen, bin ich mal spannend, so, als nächstes, habe ich hier, ein kleines Riesenrad gebaut, das, ich weiß gar nicht, wann mir die Idee kommen ist, ich glaube, im gleichen Maße mit, der Gabelstapler Gabel da, ja, ist eigentlich, völlig einfach, hier ist das Gute, hier ist wirklich alles, ähm, zusammenhängt, aber, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich das hier nicht anheben kann, ja, man darf sich auch, gar keinen Kopf darüber machen, dass dieses ganze Rad, über diese kleine Rotation Plate, gehalten wird, na gut, Moment, ich muss mal gucken, hier ist die Markierung, hier ist der Sitz, der das Ganze in der Hand hat, und wenn ich jetzt auf 1 drücke, lalalala, vorführeffekt, aber es war so klar, wirklich nicht einmal, als ich das, als ich das gebaut habe, ist es nicht einmal hängen geblieben, warum dreht der sich überhaupt so rum, das verstehe ich gar nicht, hat der das umgeändert, Moment, ich probiere jetzt nochmal, ich habe das, vorher hat der sich auch andersrum gedreht, verstehe ich gar nicht, aber gut, jetzt funktioniert es, ich glaube, ich habe den Motor, habe ich von der Leistung her, ein bisschen niedriger gemacht, aber vom Prinzip her ist es auf jeden Fall, naja, ist ein bisschen rucklige Angelegenheit, hier das Ganze, aber vom Prinzip her, ist es ein romantisches Riesenrad, Moment, ich mache mal ein bisschen, mehr Leistung, so, ich habe das Ganze, Moment, das probiere ich gleich auch mal, ja, jetzt funktioniert es natürlich besser, und ich glaube, jetzt dürfte es eigentlich auch nicht hängen bleiben, lalalala, ja, na gut, das ist mein Riesenrad, ich lasse es nochmal eine Runde durchlaufen, dann mache ich mal ein bisschen mehr Speed, und, ja, dann gehen wir zur nächsten Attraktion, sage ich jetzt mal, ja, und hier habe ich einfach nur, bei der anderen Siebmanns, da habe ich diese schwarz, äh, diesen schwarzgelben Block, habe ich dann nicht gemacht, einfach als Markierung, damit man halt weiß, na nun, damit man halt weiß, ja gut, der ist als einziges konnektiert, weil ich glaube, so geht das nämlich nicht, genau, na gut, denn, Full Speed, ich habe auch so ein bisschen Bedenken, dass sie später in Squared Mechanic halt sowas einbauen, und das, naja, wenn das einfach zu Hardcore ist, für die Teile, dass sie dann irgendwann brechen, so wie bei Polybridge zum Beispiel, hohoho, der ist einmal komplett die, ui, alter, hoho, das wird auf jeden Fall nicht von der geprüften Sicherheit abgenommen, oder vom TÜV, alter, oh, über Kopf, so, es kommen ab technische Probleme, und wir bitten, dass die Gäste alle einmal aussteigen, oh, jetzt hat sie es voll verkantet, seit wann macht denn das Klo-Geräusche? Na gut, denn stellen wir mal wieder ein bisschen runter, ich glaube, auf der Stufe war es, dann möchte ich, dass sich das hier mal wieder alles einpendelt, so, ah, es kann sein, dass das rückwärts eingestellt war, weil ich, zum Beispiel, wie in der Situation, da will ich ja nicht einmal komplett durchdrehen lassen, oder rumdrehen lassen, denn, habe ich den vielleicht rückwärts drehen lassen, ich weiß es nicht mehr genau, war ein bisschen her, als ich hier rumgespielt habe, na gut, das auf jeden Fall zu meinem Riesenrad, ich bin erstaunlich, dass das so hingehauen hat, weil, man muss ja wirklich direkt, einen schönen Kreis erzeugen, damit, dass er sozusagen hinhaut, dass der immer greift, und dass er dann sozusagen immer Kraft hat, das Rad weiterzudrehen, und das, dass es überhaupt, äh, möglich ist, dass, sich das alles so dreht, das fand ich cool, na ja gut, dann, kommen wir zur letzten Attraktion, und, ja, das Ding hier, das müsst ihr ein bisschen ignorieren, da habe ich ein bisschen was versucht, dass, dass sozusagen ohne Motor, dieser Wagen angetrieben wird, ja, man sieht es vielleicht schon, das ist eine kleine Achterbahn, aber, erwartet euch nicht so, oder erwartet nicht so viel, oh nein, ich habe noch irgendwer zeigen gestellt, Moment, da war das, da war, das Klogeräusch, das war aber noch nicht gewesen, als ich, äh, hier rumgespielt habe, zumindest, ähm, kam das da noch nicht, ja, auf jeden Fall vom Prinzip her, hier haben wir halt eine Schiene, und da fährt unser Wagen hoch, ja, und, wenn wir denn so weit sind, schon wieder, wenn wir denn so weit sind, denn, kann man hier auf jeden Fall, also, ich wollte das eigentlich so machen, dass der Wagen halt wirklich komplett unabhängig, von dem Motor ist, Bing, ja, wie gesagt, erwartet euch nicht so viel, weil es ist jetzt wirklich alles nur in der Testphase, so, in die Richtung, und in die Richtung, naja, gut, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen weiter probieren, und, wenn ich es denn schaffen sollte, denn, na nü, ach, okay, alles klar, so, und die Richtung, so, und wenn ich, wenn ich da ein bisschen was gemacht habe, denn, werde ich da vor einer Aufnahmesession immer noch ein bisschen was zeigen, und, naja, gut, dann wisst ihr erstmal Bescheid, die liebe Achterbahn, weiß ich ja nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, wahrscheinlich im gleichen Maße mit der, mit dem Riesenrad, na gut, das erstmal zu der, zu meiner Let's Show Welt, sag ich jetzt einfach mal, oder zu meiner, äh, Bastel Welt, wo ich immer im Off so ein bisschen was rumprobiere, und, ja, wenn ich da wieder irgendwas Neues habe, dann, wundert euch nicht, denn, zeige ich vor der Aufnahme immer noch so ein bisschen was, und, na gut, dann sage ich erstmal, bis gleich, und, ja, ich wechsel mal kurz um, äh, Exit, tut mir leid für diese dämlichen Namen, so, dann gehen wir mal wieder in die Let's Play Welt, und, dann geht es jetzt gleich weiter mit dem Let's Play, beziehungsweise, wenn ihr die Folge, an dem Tag der Veröffentlichung seht, äh, seht, dann sage ich jetzt einfach mal, ja, bis morgen, Tschüssi, bis morgen,